. 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 Ich schau morgen mal vorbei. Alter, was geht ab, Leute? Wir sind hier vor dem Fontaine mit München. Da haben wir früher immer unsere Jugend verbracht. Die alten Yu-Gi-Oh! Videos. Heute hier mal abhängen mit den Jungs. Einmal noch vor dem neuen Jahr. Und natürlich ein paar Geschäfte erledigen. Ihr wisst, hier ist Business. Ich nehme euch heute mit. Mal schauen, wie viele Pokémon heute dabei ist. Aber trotzdem werden wir eine Menge Spaß haben. Bin ich der Erste oder was? Was passiert hier? Was passiert hier? Servus euch! Servus Jungs! Wie geht's hier? 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 Ich geh nur mit Gnaatsch. Ich mach nur mit Gnaatsch. Wie geht's hier mit Gnaatsch! Ich geh nur mit Gnaatsch. Ein Mann, ein Wort. Oh mein Gott. Was geht hier ab? Er weiß es nicht. Er macht viele Fehler. Er denkt, es ist alles normal. Er hat keine Moral. Er denkt auch, spufen und cheaten ist korrekt. Komm, hierher. An alle, die glauben, dass sie cheaten. Alles Faker. Alles Hater. Alles Hater. Ich bin einfach krass. Heute ist auch krass. Allein wie du redest. Allein, dass sie diese Wette gemacht haben. 8 und 10 Millionen. Das ist schon echt verrückt. Wir sind echt zu krass. Die Schleimer-Taktik. Die haben nicht mal gesamt so viel. Aber echt. Ich habe mehr in 10 Tagen gemacht, als du in einem Jahr. In 5 Tagen mehr als du in einem Jahr. Was kannst du eigentlich nicht? Außer saufen und Haram machen. Ich hoffe, dass ich mein Auto auch macht. Hast du mir mal saufen gesehen? Ja, habe ich. Der schlimmste Albtraum. Ich bin irgendwo im McDonalds. Ich weiß nicht, bei wo was. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht beschädigt habe. Ich war auf die Wien. Was ist das für ein Albtraum? Er war tot im McDonalds so. Das Bild ist noch in der Gruppe. Ich sag, wie du schon freut draus. Ich sag, wie geht's und so. Er so, Alter, gut. Leute, Baris ist da drin. Ich seh Baris so auf dem Tisch. Ja, von draußen hat man ihn gesehen. Ich geh zur Höhe und mach so ein Selfie mit dir. Wie geht das denn da? Ja, aber du sollst auch in der Gruppe sind. Oh mein Gott. Hey, was geht ab Leute? TBT am Start hier. TBT hier. Also, wir sind hier. MFT. Und... Funtainment München. Mein bester Sponsor überhaupt. So. Sind wir noch Sponsor? Nein. Nein. Ciao, servus. So. Warum haben wir uns heute hier versammelt? Warte, ey. Warum hat das alles? Also... Ja. Weil ich ein paar Videos sehen wollte. Für den richtigen Channel. TBT Channel. TBT Channel. So. Warum sind wir hier? Weil... Neue Kombo für Wind-Up. Ganz ehrlich? Wind-Up-Kombo-Discussion. Ja, Wind-Up-Kombo-Discussion. Also, die Kombo geht wieder. Der 5er-Loop halt. Dass der Gegner in Handkarten anfängt. Was sagst du dazu? Ich bin bekannt als der beste Wind-Up-Spieler. Ja. Die Kombo ist scheiße. Die Kombo ist scheiße? Ja. Wieso ist die Kombo scheiße? Das ist gar kein Wind-Up-Deck. Das ist so ein verrücktes Kombo-Deck. Ja, aber das ist krass. Ich hab gesehen. Ein Baylor, eine Handtrap und die Kombo ist tot. Und ein Problem. Du brauchst nur ein Ding, man. Das war bei Honga zum Beispiel mit Alex. Das sind die, die sitzen jetzt. Was denn? Die wussten ja, dass ich Dragon Ball spiele. Ja klar. Ja. Ja, du bist nicht da. Baris, warum bist du nicht da? Ich bin in dem Schaden. Das ist super an. Was schau ich nicht an. Super. Super schau ich nicht an. Super. 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 Was findest du dann mit dem Spiel? Es kommt ans Licht, Baris. Wer? Echt jetzt? Ich dachte ja alles Klassiker. Schau doch, kennst du diese Charaktere hier? Was mir jetzt ein bisschen gestaucht? Wie ernsthaft du gehst ein bisschen weg, es ist halt immer alles zu sparen. Schau, bevor ich jemals mit Yu-Gi-Oh wieder anfange einen Channel, mach ich lieber einen Anime-Channel. Du! Wir! Du! Wir! Auf geht's, machen wir! Timi, komm weg, Timi, komm her! Timi, komm her! Timi, komm weg, oder? Wir machen Anime-Channel, wir können alles machen, oder? Wir sind die Besten, oder? Wir grasieren alles, oder? Wir machen den Lifestyle-Channel, Kick mir diese Bibi weg, die da oben ist! Alle, alle! Was ist los mit dem Jungen? Wir sind gerade erst gekommen. Schöne, Grafik hat uns endvermisst, ich spür. Ja, ja, ist geil, Mann. Bitte, komm weg! Wir haben uns endvermisst. Ey, ganz ehrlich, Timi, was ist so ne geile Zeit? Was haben wir früher immer gemacht? Oh mein Gott, warte. Oh mein Gott, warte. Von Dreadbrothers haben gar nichts. Einmal mehr zu mir. Was haben wir früher immer gemacht? Was haben wir früher immer gemacht? Openings. Ja, Dreadbrothers sagst du, ja. Dann kommt nix mehr, Alter. Dreadbrothers ist echt schlecht, Mann. Ich bin der Einzige. Dreadbrothers ist echt scheiße, Alter. Ich bin extra wegen euch gekommen. Ganz ehrlich, wir drehen noch ein Video. Ganz ehrlich, ich hatte Hoffnung, gell. Ich hatte Hoffnung. Weil dieses Cashflow, was ihr hattet, ist ein geiles Format. Und ein geiler Name. Ja, wir hatten auch gesagt, das machen. Ja, aber ihr seid scheiße. Es kann mir mal nix mehr. Weißt du, du hast noch super Potential, durch den Cyberstein uns zu zeigen. Gell, richtig krass. Der krasseste Trader, den ich kenne. In Deutschland. Bist du Dimmi? Cardwert mindestens 100 Kauder, so. Nix mehr. Nix mehr. Nix mehr. Nix mehr. Nix mehr. Nix mehr. Wenn ihr den seht, raubt ihn aus. Raubt ihn einfach aus, das läuft weg. Das lohnt sich. Es lohnt sich echt. Es lohnt sich total. Ihr wart mindestens 30.000 plus. Es lohnt sich echt. Wenn ihr den seht, raubt ihn aus. 30.000 Euro. Da ist nicht dabei. Und 2.000 mit. 2.000, ihr habt es gehört. Das ist immer noch gut. Ein Stück auf 100.000 dabei. Endlich. Hä? So. Wir haben hier eine kleine Box. Aber top mit first. Vom Gap Digital. Wär es wenigstens. Jeden Monat eine Box. Spanisch. Schauen wir mal. Aber das ist nicht Spanisch. Nein, nein, nein. Aber steht das gleich wie auf das Spanisch drauf. Diesen Monat ist Star Wars ein sehr bedriechtes Thema. Ich bin im neuen Film. Also mich würde es nicht wundern, wenn da auch was drin ist. Auf jeden Fall. Nixen Monat ist Gaming dran. Das ist interessant. Hoffentlich kriegen wir die Box. Wir könnten auch bis heute. Also bis zum letzten des Monats. Ich lade es wahrscheinlich am Sonntag hoch. Die bestellen für nächsten Monat. Bestellt euch die. Das ist nicht in der Klassikbox. Genau. Aber jetzt checken wir erstmal die von diesem Monat ab. Dezember. Soll ich reingeschaut, oder? Noch nicht, ne? Okay, ich mach dann auch, ja. Oh mein Gott, mich war nicht zu beschnitten, man. Echt unvorbereitet. Oh mein Gott. Ist ja fremdlich. Andere Ordner. Dies. Especially Gast. Kergen von den Trade Brothers. Was geht ab? Jungs, die Trade Brothers lösen sich langsam auf. Der ist nicht da. Der ist nicht da. Ah, Romo Mora ist es nicht von. Der hat alles verkauft. Der hat alles verkauft. Nein, der spielt noch. Was fragst du mich über Harry Potter, Mann? Ja, das ist doch... Neues Spiel, Mann. Der Harry Potter Go, Alter. Ist das schon raus hier, Mann? Nein, nicht. Also Weihnachts... Ruhigt euch. Bist du schnell. Eins auf dem anderen. Okay, fang an. Also Geschenkpapier. Wollen Merry Christmas drauf spielen. Das ist leider zu spielen. Hey, get it. Get it. Mach mal los. Mein Gott, ganz ehrlich. Sorry. Das ist richtig geil. Was ist das? Alohomora. Das ist ein Zauberspruch. Oh mein Gott, Alohomora. Er kennst dich. Er kennst. Er kennst dich mal. Was ist das für ein Zauberspruch? Das ist der Zauberspruch, wo du eine Tür öffnest. Das ist echt so. Das ist doch so. Ja. Das hat Hermine Ron beigebracht. Ja. Er macht es halt auch. Kinofilm 1. Oh mein Gott, den habe ich vor kurzem erst gesehen. Machst du das? Ha? Hast du das? Ja. Oh mein Gott, das ist geil. Das ist echt geil. Das ist echt cool. Geräusche, Jungs. Einer nach dem anderen. Also Geschenkpapier ist das, oder? Okay. Anscheinend. Also. Leider ein wenig zu spät. Ich wollte gerade sagen. Ja, leider. Aber für nächstes Jahr haben wir tolles Geschenkpapier. Oh mein Gott. Kochschütze für Dimi. Oh mein Gott. Kochschütze. Oh mein Gott. Das ist echt geil, Mann. Oh mein Gott. Das ist echt geil, Mann. Sag mir, was für Tati, Mann. Was für Dimi. Das ist echt wie Tati, Mann. Nein, Mann. Das ist echt wie Tati. Tati ist der Koch. Ich mache dich auch. Hä? Ich bin jeder Fan. Aber du bist kein Koch. Das ist der einzige, was du kommst. Das ist der Koch. Ich muss auch schützen. Okay. Das ist echt geil. Okay, wir machen weiter. 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 Highlight. Sponsor, oder was? Das ist für dich, Alex. Was, 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 was. Und jetzt ist der Harry Potter Go anfängst, Alter. Okay, der Straybrother kann jetzt aufstehen und gehen. Der Straybrother kann jetzt aufstehen und gehen. Du gehst rein, Meister, oder nicht? Digga, Mann. Energy, Mann. Warte, was ist das? Okay, das ist ein Cookie. Schäm dich nicht. Ist einfach, Bruder. Wir haben Weihnachten. Weihnachten ist vorbei, ey. Also, was das ist. Ja, jetzt tut er so, als ob er den Cookie nicht rauskommt. Nimm den Cookie raus. Eine Postkarte. Oh mein Gott, ergibt es mir nicht, ey. Eine Postkarte. Die können wir schon teilen. Weihnachtlich war das. Mit dem interessieren nur die Shirts. Das ist echt so. Das ist auch wieder meine Größe. Also, es passt barisch, Bruder. 5XL. Unpredicted von Home. Was mit Star Wars. Bisschen mal mit dem Reporter. Ich hab dir doch Pläne alles geschickt. Ein Cookie. Ich hab noch gar nichts angefangen, Mann. Lava. Fuserville Cookie. Für dich. Teilnehmen. Wir teilen ihm alle Gesetze. Ich hab mich Stress. Wie Stress kann man sogar nicht abnehmen. Oh, ein, wie heißt das, Mann? Ein Pin? Aber, ein Button. Ein Button hab ich doch gesagt. Mitarbeiter haben gekündigt. Was ist da drauf? Ich musste immer einspringen. Nachtdienst musste ich machen, Mann. Er ist einfach nach Hause gegangen. Er ist mit dem Nachtdienst nach Hause gegangen. Mein Gott. Hat er nichts gesagt. Er ist um 10 Uhr gekommen. Nein, danke. Er so, ich mach das nicht. Es ist mir alles zu Glück. Er ist da heimgegangen. Kannst du den Cookie wartet, Mann. Ich musste reinkommen. Ich hab in der Früh gearbeitet und musste nachts noch mal rein. Nimm mal ein Stück. Gib mir auch ein Stück. Und nimm mal ein Stück. Schäme dich nicht. Bruder, nimm einfach alles. Alles gut. Seit drei Wochen. Dann hast du mir doch mal gesagt. Personalmangel und so. Wie macht sie das? Hä? Personal passt da jetzt. Jetzt passt da alles. Ich arbeite sogar gerade eine vom Restaurant ein. Damit sie mal ein. Das ist okay. Was war das für ein Cookie? Keine Ahnung. Irgendwas mit Energie oder nicht? Ja. Ernährungsberater. Okay. Erstmal. Es ist sehr hochkalorisch. Das ist schon mal nichts für Alex, mich und Dimi. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin eigentlich auf Diäten. Das Buben kippt heute. Ich schwöre, ich hab so lange keinen Keks gestorben. Ungefähr. Oh Gott. Nur für Get Digital hat er jetzt den Keks gegessen. Seine Diät gebrochen. Schmacklich. Ich finde den geil. Kannst du gleich noch mal nach? Vielleicht schau mal mal vom Herd. Da ist Koriander drin und Beifuß. Was für ein Ding? Beifuß? Ist echt Beifuß. Guck mal. Swim of Destruction. Nein, schau mal. Keine Ahnung. Schreibt in die Kommentare, was das ist. Muscat. Was weiß ich noch. Zweitens Koriander. Warte. Okay. Dann hier ganz unten meine Waps, ne? Schmeckt so gut. So. Gerd, den hat man immer gespielt. Ich hab nicht gecheckt, warum der ist so eingeschlägt. Das ist nur die Tauschdinger da. Sagt doch das von Herd. Ich habe eine kleine Broschüre von Get Digital. Ich habe auch zwei Geld davon. Was sieht man hier? Also die Sachen, die gerade drin waren. Schlüsselblatt von Harry Potter. Aus Deutschland. Das Magazin, das T-Shirt und so weiter und so fort. Was ist der dreiköpfige? Da steht dreiköpfige Affe. Von Monkey Island. Gehen zu Monkey Island? So. Schaut bei denen vorbei. Jungs, hier werden harte Deals. Brave Brother und der alte Kollege vom Team. Sehr alte neue Rudi. Ja. So nett war. Schaut bei denen vorbei. Die haben coole Sachen immer angerufen. Get Digital Frontier. So. Was ist hier? Ist das ein Block? Ja. Ah nein. Ein Kalender wahrscheinlich. Ein Kalender für 2018. Ja, ja, ja. Hier steht Nerd Kalender. Ich sehe hier vorne erstmal schon ein paar Magic Karten. Magic, passt. Perfekt hier. Das ist der Januar. Damit ihr die anderen Sachen seht, müsst ihr ihn leider kaufen. Das ist keine Bibliothek. Aber du musst noch ein bisschen Zeigung, Spannung. Also hier ist echt von allem etwas. Ich sehe hier gerade wieder Star Wars. Hier ist hier ein Todesstern. Jetzt ist irgendein Comic. Das ist ein Comic. Das kann ich kurz zeigen. Sieht nicht schlecht aus. Karten sind die Dinge der Tage. Echt geil. Nice gemacht. Echt nicht schlecht, ja. Cooler Kalender. Den werde ich jetzt benutzen. Für das neue Jahr. Also der Kalender ist echt nicht schlecht. Eine Sache sehe ich dann noch. Ja. Einen Zeitschritt von dir. Einen Zeitschritt. Okay. So. Das ist alles. Ja. 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 Mitro Gamer. Kennst du die Zeitschrift? Ich kenne sie echt. Demnächst vielleicht ein Gaming Channel. Auf jeden Fall 2018. Mehr streamen. Und Anime Channel. Und Anime Channel. Und TVT Comeback. Und TVT Comeback, ja. Auf jeden Fall Zeitschriften immer cool. Zeitvertreib Gaming. Gutes Thema. Wie gesagt, nächsten Monat. Das Thema der Box. Gaming. Hoffentlich kriegen wir die. Das war's von der Box. Noch mal danke an Gerd Ditlidl. Und schauen wir mal was hier sonst was abgeht. Krasse Box. Oida. Pokemon. Wir müssen mal mehr an TV machen. So. Das war's. Von uns. Von Funtainment. Von der Box. War lustig. War so wie früher. Früher lief es immer so ab. Richtig chaotisch. Und ab und zu sind eben dann auch ein paar Videos entstanden. Auf dem alten Kanal. Mal. Aber. Die Zeiten sind vorbei. TVT und Yu-Gi-Oh sind beide tot. Ab und zu. Ich hab in letzter Zeit das Gefühl gehabt. Die alten Zeiten mal wieder aufleben zu lassen. Hab da ein paar Sachen vermisst. Aber. Jetzt so im Nachhinein nach heute. Reicht das auch schon wieder. Man muss einen Schritt weiter gehen. Und. Ab und zu mal vorbeischauen. Mit den Jungs wieder Spaß haben. Ist okay. Aber jetzt so täglich. Oder. Wieder den Kanal aufleben zu lassen. Den alten. Daraus wird auf jeden Fall nichts mehr. Aber. Ich will trotzdem noch irgendwas. Ihr habt es gehört. Anime. Oder Gaming. Oder irgendwas noch. Bisschen ausbauen. 2018. Mal schauen. Das neue Jahr beginnt. Mal schauen. Was wir da so machen werden. Aber. Das war's von mir. Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr. Einen guten Rutsch. Wir sehen uns morgen dann. Im neuen Jahr. Danke fürs vorbeischauen. Danke für das geile Jahr. Ihr seid echt die Besten. Das war's von mir. Will mal liken. Subscribe. Kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht. Pokémon Serious Business. Und Yu-Gi-Oh! Wama Serious Business.